Einleiter und willkommen zurück zu Let's Play Limbo Fangen wir mal mit den Spielern Prozent okay wir sind hier gewesen und nur 50 was ich machen muss aber ich gehe mal weiter voraus nach rechts denn das muss ich echt vorsichtig die ich lasse einfach mal ein bisschen Wasser reinlaufen ich hab jetzt Zeit so ich hab zwar keinen Plan was ich erreichen soll aber nein das war's nicht ich bin erst erfüllt diese kleine Mungu kann einfach nicht bringen ich glaub ich hab den Peter genannt oder ne ich hab den irgendwie anders genannt da Peter ein ziemlich auf der Name ist ich glaub ich nenn den ich weiß nicht äh wie wärs mit und Hans Wurst ne das ist auch nicht ich glaub ich nenne den einfach ach ich weiß es wirklich nicht was soll's ich gebe dir aber keinen Namen ich nenne den no name ne das passt nicht ich weiß nicht wie wärs mit ist das war einfach dumme die m ja ich bin der mann ist abler aufgeschössert ganz ehrlich jump das geht einfach nicht wie er sieht geht schon wesentlich besser als vorher ich bin einfach voll op hatte ich brauche papa papa kleine synchronisation stellen das heißt wenn ich irgendwas sage weil ich jetzt mit traps auf und separat auch noch den ganz mit so einem cam halt muss ja dass ich verstehe aber auch wo ich ein paar stellen und zwar jetzt springen springen das ist einfach um ton und bild zu synchronisieren brauche ich ein paar stellen und das geht halt mal so und nicht anders und springen es tut mir leid wenn es halt nicht perfekt synchron ist aber das das ist halt so ihr könnt mir also ich sag das sehr gerne dass ihr mir das irgendwas machen können aber letztendlich macht ihr das nicht und letztendlich will ich das auch gar nicht aber ihr könnt mir ja irgendwelche programme vorschlagen die das besser machen zum beispiel kanthasa studio ob kanthasa studio kann ich fallbild aufnehmen und limbo geht nur in fallbild das ist natürlich auch ein kleines problem normalerweise nämlich gerne mit kanthasa studio auf da der ton und bild beziehungsweise mikro und ingames sound separat aufnimmt und ich dadurch dann halt nicht so viele probleme habe mit den ganzen einstellungen und so da war öl und ja das ist dann wesentlich einfacher mit kanthasa studio auf der fall und darum mag ich kanthasa studio auch wesentlich mehr damit obwohl mit fraps nimmt man auf man muss es nicht direkt rendern das ist auch recht cool also das macht keiner vor rendern dann während ich rendere kann ich halt keine einstellung machen kann ich keine wasser einstellen kann ich nichts spielen und so da ist extrem viel den ganz schluckt und wenn ich noch zum beispiel wenn ich während des ok ich kann chrome und so natürlich internet ein bisschen benutzen und so aber keine spiele zocken oder so dann das würde viel zu viel speicher und so eine scheiße brauchen gigahertz arbeitsspeicher alles so was bringt mir denn dann nicht zu geben man packte den Hebel die Wasserstatt Let's go let's go everybody let's go was ist denn dort okay eigentlich nix okay ich sollte mich erstmal ein bisschen umgucken bevor ich irgendwelche scheiß mache und ich brauch diese awesome box das auf einmal dort hinten ist so schieb mein kind ich nehme dir einfach Blackie ja Blackie ist süß na Blackie schiebste ist auch ganz schön schieben schieben oh yeah so was gibt's denn hier oben ich finde das einfach fasziniert wie diese Treppe da hochklettert beziehungsweise diese Leiter ich habe mal gedacht schon mit zu sehen mit anzusehen okay ich muss um die dahin kommen ah hier ist eine ziehtingend ah ok ah jetzt ist alles geritzt alles klaro alles picobello topinoco und so ne wieder mal scheiße labern ach einfach schön wie der da hochklettert der Blackie ich kann mir Namen absolut schlecht merken und wie ich sage absolut schlecht da meine ich ich kann es überhaupt nicht merken das ist extrem schlecht für zum Beispiel Bewerbungsgesprächen und so denn dann frage ich immer wieder mal nach das habe ich zwar noch nicht erlebt weil ich noch nie beim Bewerbungsgespräch war aber ich meine falls sowas mal kommt dann ist das extrem schlecht oh kommt was da noch höher scheint so wahr everybody oh oh da ist ein Loch das heißt ich muss hier raus und nein nicht jumpen oder doch jumpen ich glaube ich weiter nach unten gegangen wäre welch tot ach das ist sowieso nur kleine Vermutung aber was ich hier jetzt machen muss war ich leider auch nicht vielleicht doch weiter nach unten gehen ach hier ist der Leiter das ist ja da alles kein Problem oh oh Wasser steigt gar nicht gut kann ich gut ich es erfülle ich es erfülle ah ich muss das eigentlich ziehen war ok 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 es akzeptiert das bringt leider auch nicht auch unterstraschen kriegen so dass sie nicht ausgeploppt das körperchen es was anderes machen erstes quant varianten es investieren okay so war es nicht geplant um ehrlich zu sein diese kiste geht leider nicht hoch dass ich muss wieder das ist ein glück 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 und so jetzt machen wir es mit ein bisschen mehr tempo bewegt danach lecky zeig wie du so ein mann bist jetzt wieder nach dort schieben das hier auch noch ein bisschen schieben kommen schneller und jetzt zurück ja so ist es extrem cool gemacht dieses spiel ich liebe es einfach dieses spiel ist aber nur weiter zu empfehlen schade dass ich davon kein cd habe denn sonst würde ich gerne nur dingens davon drehen hot or not hallo das ist halt so eine kleine serie die ich bei new ho gestartet habe wovon ich paar spiele zeige und als sage ob es hot oder not ist so dass der hebel einfach mal umdrehen kann ja nicht schaden ich meine ich bin ja schon oft genug gestorben so klappt es nicht das heißt ich möchte es vielleicht ein bisschen nach deutsch schieben das ist möglich ist es ist aber nicht das heißt ich könnte es und nicht ziehen das ist mir gleich gar nichts anderes übrig als damit diese hebe umzulegen und zu nicht an sich für zu beeilen oder sowas oder wie diese hebe auch ob ich hab's glaube ich hab's ja dann gibt es den den